Yeah! Was geht ab, Leute? Wir sind wieder bei Assassin's Creed 3! Ich bin der Rob, von den Klobusterbären. Und das letzte Mal sind wir hier in Boston angekommen. Und natürlich wollen wir uns gleich mal auf unseren Weg machen. Sorry für den kleinen Lag hier. So, wir machen uns auf unseren Weg zur Mission. Wir sind natürlich inkognito. Und die Leute wissen hier nicht, wer wir sind. Und das soll natürlich auch so bleiben. Wir machen uns jetzt auf den Weg, um eben richtig Templer zu töten. Und dann endlich haben wir uns lange darauf vorbereitet. Unser Training absolviert. Und er jumpt hier einfach in der Gegend rum. Gucken wir uns mal, wo uns das Ganze hinführt hier. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber wir haben ein Pferd, Ju. Aus dem Weg. Kleine Leute hier. Ja, ja, ja. Oh, das auf der Karte sah das ein bisschen näher aus, muss ich sagen. Aber wir versuchen natürlich so schnell wie möglich hinzukommen. Und das Pferd hilft uns dabei ganz gut. Wups. Das war ein Wachen. Approach the fort. Nein, das machen wir jetzt nicht. Und wir sind an unserem Ziel angelangt. Wir treffen Sam. Das war's. Das war's. Oh, wer war's. So? Das. Das war's. W-. 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 Das war's, wenn wir Sie. Aber. Ja. Also. Dann wollen wir dichуст beadern. Ja, wir wollen Lieblingsjohnson finden, ihn ausschalten. Sam kann eventuell ein paar Leute. Tja, jetzt klar rein. Großes Problem in den Vereinigten Staaten gewesen. Warte, die Pisse rein. Warte, die Pisse. Das ist genug, Conner. Weiter geht's. Ich werde dich zu treffen. Und zack, zack, zack. Das ging ganz schön fix. Warte, die Pisse rein. Das ist die Pisse. Ich versuche die Gouverneur zu senden mehr. Du bist gut. Ich bin gut. Das ist nicht mein erstes Mal. Für alle Teinten und Klaue, diese kleine Fische, sie kämpfen wie Puppe. Und ich glaube, da wird es ein Wiedersehen geben. Habe ich zumindest so im Verdacht. Und wir treffen unseren gut und leuchten Freund Sam. Uncle Sam. Und schau mal, was der uns zu bieten hat. Vielleicht kann er uns ja helfen. Hoffe ich mal. Wir sind noch 150 Meter entfernt. Fast. Ungefähr. Und. Oh. Dispose of the Tax Collectors. Ah. 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 No. Hier sind mir zu viele Wachen, ehrlich gesagt. Wobei, wisst ihr was? Scheiß drauf. Und ich versuche sie. O. Oh. 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 Ja, cela. Oh. Och. Kommt her, Mann! Ich geb euch allen. Ist mir alles egal. Oh, das ist eigentlich ein Metzl, ist das hier. In diesem Spiel. Puh, meine Fresse. Ich sag's euch. So, aber ich muss mal irgendwie meine... ... meine Autority, meine gesuchten Liste hier, bisschen verkleinern. Deswegen geh ich mal hier hoch. Da gibt's anscheinend hier so einen Steckbrief, den ich wegmachen kann. Ja, wo ist der denn? Ist der oben? Ne, oder? Doch, der ist oben. Unglaublich. Ach nein, das ist so eine Seite von Benjamin Franklin. Das haben wir ja schon mal gehabt. Ich krieg dich, ich krieg dich. Hoffe ich zumindest. Komm schon. Ich hab's gleich. Yay! Aber jetzt muss ich trotzdem noch mein gesuchten Ding hier irgendwie verringern. Wo ist die Geier wie? Tja. Pfff. Ne. Das schaut hier echt nicht gut aus. So ein Sidequest hier anscheinend. Dass wir hier die... ... die Steuereintreiber... ... ähm... ... vernichten sollen. Und so. Und so. Hm. Kein Geld. Was ziemlich beschissen ist. Oh, aber hier ist schon... Ah. Ich verstehe. Ja. Man kann... Also unser Gesuchtheitszeichen... ... sind quasi die Möglichkeiten, wie wir hier... ... Leute... äh... ... was heißt Leute... ... wie wir ähm... ... unsere gesuchten Liste hier ein bisschen verkleinern können. Und anscheinend ist hier hinten im... ... im Hinterhof auch nochmal so ein Ding. Ich werde halt diese Sidequest hier erledigen. Dass man... ... nicht höher als zwei... ... gesuchten Liste hat. ... gesuchten Liste Punkte. Weil... Mal gucken, vielleicht... ... da gibt's ja irgendwas. Wir brauchen Geld. Wir sind arme Schlucker. Wir bekommen noch nichts gehandelt. So. Wir brauchen immer noch kein Geld. Und die Wachen erkennen uns schon. Was nicht so förderlich ist. Hm, hm, hm. Na ja, die erkennen uns schon ziemlich gut. Oh ja, oh ja, die erkennen uns. Das könnte problematisch werden. Oh scheiße, scheiße, scheiße. Hm, hm, hm. Na ja, auf jeden Fall... ... sorry, dass ich hier rumrenne. Aber ich hab... ... spieß ja das erste Mal. Und will natürlich auch meinen Spaß im Spiel haben. Also gebe ich mal einen... ... Keks drauf, was ihr jetzt hier sehen wollt. Hehe. Nicht ganz, aber... ... ihr wisst, was ich meine. Na ja, okay, dann scheißen wir halt mal drauf. Und vernichten einfach die... ... die Steuereintreiber hier. Oh, wo sind die hin? Hm. Keine Ahnung. Dann gehen wir halt mal in Richtung unseres Zieles. Dass die ja auch nicht mehr weit weg ist. Wenn natürlich... ... nicht die Soldaten hier wären. Und unser Ziel ist aber auch nicht mehr weit weg. Aber da sind verdammt viele Soldaten. Hm, wir gehen mal übers Dach. Das macht das Ganze vielleicht ein bisschen angenehmer. Hoffe ich zumindest. Okay. Hm. Rainer. Ja. Connor. Ich würde mich nicht mit mir ein wenig angenehmeren Freund. Das ist der Künstler, William Molyneux. Und der Künstler und der Künstler von seinem neuen Verkauf, Stéphane Chaffaut. Ah. Connor und ich haben nur eine Kugel mit einigen Kugeln, mit einigen Künstlern aus meinem Haus. Die Künstler werden größer. Und größer. Das ist etwas, was wir brauchen, Samuel. Dann lassen wir uns eine Banner, etwas, um die Leute zu wissen, dass sie nicht alleine sind. Die Künstler sind ein grosser Ort. Protestanten schiefen die neuen Künstleren von britischen Tee. Die Augen der Stadt sind auf dieser Stelle. Ein Bostoner ohne Tee ist ein gefährlich. William Johnson ist schiefen die Tee aus den Künstleren. Ein von ihren Künstleren versucht mir das. Ein Sample von dem ich das. Aber es ist von den Künstleren. Kein Verrückung der Künstler. Er ist schiefen der Künstler. Muss sein, dass er ein Künstler aus den Künstleren zu kaufen. Wo ist er jetzt? Ich habe nie mit dem Mann. Kann ich mich fragen, warum Sie ihn suchen, Connor? Er will, um die Lande zu kaufen, auf der meine Stadt steht, ohne die Verkaufnahme von meinen Künstleren. Kein Verkaufnahme von seinem kleinen Künstleren ist die Verkaufnahme von der Künstleren. Ein Künstler auf der Künstleren auf die Künstleren. Ich weiß, dass die gleichen Menschen, die die Künstleren auf die Künstleren sind, die Künstleren auf die Künstleren. Ein Künstleren braucht eine Sprechaufnahme, und ich weiß das Spiel. Connor, zurück nach den Künstleren und sehen die Künstleren der Künstleren. Wenn Sie uns brauchen, zurück hier. Hallo, Connor. Der Künstler ist illegal in Boston durch die Künstleren von Johnson. Wenn Sie irgendwelche Künstleren sehen, könnten Sie vielleicht einen Verkaufnahme an die Verkaufnahme geben. Und die Mousi-Tax-Kollektoren sind noch da. Sie könnten auch einen Lassener benutzen, hm? Okay. Wir haben zwei Missionen, drei Missionen. Steuereintreiber hier. Vernichten. T-Schmuggel ab... Entschuldigung. Komm schon! T-Schmuggel stoppen. Aber wir werden immer noch gesucht. Das müssen wir jetzt erstmal irgendwie... Damit wir hier ungestört handeln können, müssen wir das irgendwie jetzt erstmal unterbinden. Gucken wir mal, ob wir was finden. Irgendwo müssen doch hier Plakate sein, die wir abreißen können, wenn wir schon kein Geld haben. Und... In Cognitive. Gut. Sehr gut. So. Dann machen wir jetzt mal auf Richtung Docks. und schauen mal, was wir auf dem Weg hier Schönes betreiben können. T-Schmuggler. Ist ne Bank. Vielleicht können wir ja irgendwie Geld bekommen. Scheint zumindest ne Bank zu sein. Ach ne, das ist ja unser... Ach ja. Von da kommen wir doch. Hehe. Oh Gott. Ne, die... die... machen wir hier mal nicht platt. Das sind ja endlos viele Soldaten einfach. Suchen wir jetzt andere Opfer. So, die können wir doch hier. Ganz gut. Autsch. Und zack. Zack und zack. Servus. Servus. Somit haben wir die... Schmuggler. Jetzt brauche ich nur irgendwie nochmal ein Plakat. Wieder dasselbe Problem. Aber zumindest haben wir das Problem behoben mit den... mit den Steuereintreibern. ... Also heißt es wohl erstmal Hintergassen benutzen. Dass wir ein Plakat finden. Aber... Das sieht schwer aus. Hm. Oh, war ja. So. Plakat. Ja, hier sind es. Sehr gut. So, Leute. Das war's dann für heute. Und nächstes Mal schauen wir mal den T-Schmuggel an.